wie leute heute kommt einer nun so dick die drücke mal auf zurück und zwar wir sind meine leute ein bisschen low-life ja ich habe ein ganz gewissen grund erstmal können wir hier verstärken sie können wir ein level ab machen dann haben wir teile der kann noch nicht der kann bisschen Kraft kriegen und einfach macht das schwert kommt so dann haben wir uns die haupte und hofft sehen überhaupt level 9 erreicht der L-Core und ja hier neue Gegenstände einfach kurz aktualisieren hier wettvolle Sachen einfach aktualisieren und zwar Monster haben wir ja auch ein paar neue für die es interessiert könnt ihr gerne da pausieren und euch die angucken und durchlesen ähm ja da stehen auch tipps und sowas bei aber genau umkehrt sei er hätte auch nie wird bei Eidoni Gott dann wollen wir einfach mal weiter und zwar hat sich ein gewissen Grund warum die alle so low-life sind ein sehr großen bösen Grund sag ich mal an Flusschen ähm erstmal können wir einmal ganz kurz ähm Gegenstände HP erhöht HP dauerhaft um 100 ok ist geil äh gerne so'n Heiltrankteil wieder haben hier äh schnell gezogen F3 auf Tast 1 äh ok hier äh Schnellbezug weg machen geht nicht wie kann ich die nach oben packen die heiltränke Dinger wenn ich sie wieder finde 2000 aber ich will ganz schnell zu befarben um die Verbesserung zu verwenden markiere es einfach und betreffenden Objekt und drücken sie die gewünsche Schnelltaste und standardmäßig 1 2 3 4 1 ah einfach nur drauf halten ok gut ähm ja ich hab jetzt halt zwar ein bisschen gehalten aber egal äh ich nehme mal hier ein paar Mana Tränke weil die können wir eh wieder recht schnell mit sie wieder full Mana hat so oder FP Fertigkeitenpunkte Mana bleiben wir bei Mana ok so und zwar ich soll das Mikrofon nicht so oft bewegen dann raste das voll aus in atomische Spur und zwar gehen wir jetzt hier rein ja und wir sehen oh kein Kampf äh ich dachte ich farm hier ein bisschen leben aber ich hab einfach mit ihr ein bisschen gecite das eine Chateau Mow ein typischer äh typischen Style der Sandani Krieger Sandani ich komm mit den Namen nicht klar von den küchern alle ähm ja ich habe mich einfach mit ihr ein bisschen gecite hin und her äh sie war nach halt die erste Welle haben alle überlebt die zweite ist glaube ich einer verreckt und dann bei der dritten Welle und alle verreckt das glaube ich ich hab bisschen was dazu gelernt also diese ein ähm ich zeigte es einfach ganz kurz äh die Leute die auch festhängen oder irgendwie sowas weiß ich auch wenn ich das nicht glaube was ein altes Spiel ist diese Viecher die blocken sehr oft diese Metalldinger da einfach weiterhin drauf schießen dann schockt man immer noch zurück oder eine andere markieren und auf andere gehen die oder die einer von beiden ich weiß nicht genau welcher äh wirf so in der Hand oder sowas zu euch ähm da müsst ihr aufpassen da wo die fliegen dran sind weil die Dinger vergiften ein die bin ich einfach immer ausgewicht bin ich schon mal gedoccht auch da und da war gar kein Problem schon das war gar nicht Probleme wir haben ja nein ich hätte sprechen sollen nein 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 okay ist nun aus ja 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 ich gehe einfach schwach erläutig ich gehe einfach das ist mir das zu gut vielleicht wird spieler oder wir sterben oder so was ich will einfach gerne vorher sprechen macht vorher noch nicht kaputt ich habe da waren wir schon mehr vielkeitstranken und da haben wir so fast voll okay gespeichert spiele suchen ja dann macht wird auch mehr bis wir nicht leben mittlerweile haben wir ein bisschen dazu gekriegt auf und ja so wird da gehen hier einmal spiel überschreiben okay ich dachte echt ich muss irgendwie fahren oder so was aber einfach ein bisschen kalten und nur auf eine Person konzentriert wenn ich alle von unserem Leben zu halten geht das und ja wir gehen zum Pichu gucken was da ist am besten sind echt fernkämpfer weil die sehr gut kiten können treppe sind irgendwie cool okay was haben wir hier oben ich wusste ihr würdet kommen ich bin hexam nachkomme von mo wie kam der hier her völlig unerwartet mit dem zug man ich sag ich ja zu ich würde ja sagen dass es uns benutzt hat dann habt ihr keinen navigationsstein nein wir haben kein schimmer ihr müsst das portal irgendwie aktiviert haben vielleicht durch einen plötzlichen kraftstoß magischer energie wie dem auch sei ohne navigationsstein könnt ihr nicht weg hab ich mir erst gedacht was die portale der schattendimension gab es schon vor dem gespaltenen zeitalter so gelangten wir an tropomorphe her leider schafften es nicht alle so dass nur noch wenige von uns am leben sind wir konnten unser nirvana nicht erschaffen hochinteressant aber wir müssen zurück nach hause wo können wir einen solchen stein finden am anfang gab es nur einen navigationsstein als saigo jedoch sudeki in zwei teilte wurde der stein zerschmettert das größte stück der stein der welten wurde lord pharex lore übergeben ein weiteres stück fiel einem krämer namens kamo in die hände die letzten stücke brachten die handlanger haigos im dunklen agloria an sich aber wozu erzähle ich euch das alles ihr dürft den navigationsstein eh nicht benutzen er ist zu mächtig und könnte leicht missbraucht werden deshalb wurde bestimmt dass nur ein anthropomorphe krieger dieses artefakt einfordern könnte so lautet das gesetz der götter ich bin buki kriegerin der shadani ich könnte ihn einfordern also gut aber höre der stein bringt große verantwortung mit sich um zurückzukehren müsst ihr nach Norden reisen und den navigationsstein in der gruft auf pharex lors insel finden dies ist der schlüssel zur gruft aber wisset die geister darin werden pharex verteidigen wenn ihr die untoten wächter des steins besiegen könnt musst du junge buki die ruhestätte des steins erklimmen und ihn einfordern sind dir die götter wohlgesinnt werden sie dich erhören ok ja ich finde das ist nicht so toll dass kamo ein hat er wird ihm bestimmt zum über teuren preis verkaufen aber egal wir müssen ihn finden ich will ihn bekommen und ja ja wir haben fast wir haben genau vier Stunden spielzeit passt ja wir werden jetzt eigentlich ein bisschen weniger aber ich muss ja noch mal was spielen aber wenn er auch nicht schon wieder zurückkommen ok wir wollen dann einfach weiter und ich muss mich kurz mal richtig hinsetzen momentchen sowas muss gerade ein mikrofon zu bewegen ich hoffe das war nicht zu laut oder wow ok 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 damit habe ich das nicht gerechnet da diese dinger blocken immer ich habe auch wenn es nur ein oder zwei sind auch wie sie ausdrücken oh tschuldig schon wieder tot bye bye oh mein Gott da sind immer noch mehr oh ok ne ich möchte erstmal freie Fläche haben damit ich in Ruhe kreifen kann mal herunter nicht so einfach weil die so easy weil man einfach weg und schiebt drauf und sterben oh oh da hab ich ihn erwischt er lebt noch da die machen so man kann ihn zu tun er gar nicht immer daran geht und die dann nun schadern dürfen machen wollen oder den da kann man ohne Problem den ganzen drauf hauen stellen wir mal mit der Art ich finde man nicht für eine Aufnahme und halt auf halt auf never ever man wollte die Art geben meins bitte nicht also die sind eigentlich relativ einfach so alle sind wieder toten so total Teil überlebt halt recht lange wegen seinem komischen Live-Liege was er hat die Dinger sollte man recht schnell einsammeln weil die nachher Zeit die Sporn noch ja guck da der Tatschen die wieder und gleich docken die einfach weiter drauf weil der nicht schubst von die zurück und äh so kriegt die Entfernung die man benötigt und ihn einfach oh mein Gott man sollte aber nicht in die Ecke kommen weil wenn die Hand hochnehmen kommt halt ohne ihn drobbar hier so einfach drauf kann man ihn drauf dürfen einsammeln so so jetzt wieder wieder chargen genau und dann kann man drauf wenn das eine alleine ist dann kann man das so machen das Problem ist mehr und dann sollte man das nicht unbedingt machen so und er wird keinen Arm wenn die Arme werfen einfach weiterhin zurücklaufen dann können die nicht so er sollte jetzt auch easy sein auch wenn der Block hat kein Problem das total hat ganz schön so den kommen natürlich alle wieder mit einem HP aber wir können jetzt dem lieben wissenschaftler ein bisschen bestärken so geht ein paar HP mehr weil er hat halt gleich auch ok ich weiß nicht was mit wem machen soll weil ich weiß nämlich nicht genau wo drauf ja skaliert energie hat er ein bisschen kann mehr schaden weil einfach mal wir lassen es erst wir lassen es erstmal wir sind zwar alle lowlife aber hey ihr seht ich habe ohne ihr Leben zu verlieren die umgehauen einfach ein bisschen weggehalten und er klappt das ohne props denn man darf sie halt einfach nicht so auf die anderen bisschen also nicht auf die anderen so verlassen soll da so drauf achten und die unbedingt am Leben zu halten äh muss nicht unbedingt sein ich hasse diese leitern immer noch weil ich da immer getroffen werde eigentlich jetzt schaffe ich das vielleicht in der aufnahme dass ich höh vom geist wieder hergestellt von dem geist oder was ich habe angst jetzt nochmal rein zu laufen kugeln kugel und kugel und kugel geisterklus versteht gar nichts mehr in dem spiel das ist es ist ziemlich zu hoch aber wir haben wir 10 fettigkeitspunkte ja die kriegst man schnell wieder zusammen und wenn wir es noch einen haben dann können wir die anderen auch ein bisschen mit waffen weil fähigkeitsdinger gehen hier das wird auch einen dran kaputt kaputt damit hier wieder auf meine dame zurück benutzt kugel der geister auf oben auf jeden fall bereich und wir brauchen wir schon beitragen erstmal das ist ganz wichtig wir können das beschreiben da kommen wir machen okay da hoch will ich eigentlich nicht aber okay bei geister in der blüte geister aber ich hab's es ja es 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 okay du bist ich bin da nicht unbedingt hängen ich war hier oder nein ich das habe ich mir nicht gesagt dass die da für die Ewigkeit hängen müssen weil die Kacke waren oder so ich hab grad bisschen Gänsehaut bekommen ich hab mal gestillen an dieser Stelle ok 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 weiter 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 ich will nicht getroffen werden wo du bekommst die Dinger nicht alle Treppen nicht gut oder geist das war schon ok gut aber nie wieder ok b ist also nee ich dachte hier wär irgendwas und ich hab da das Ding gesehen das ich hab was lecker aus das schmeckt gut ok 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 heute seid ihr bereit aber wir machen das jetzt Leute wir haben noch ein bisschen Zeit kein Problem wird geladen kein Herz zu trinken gut 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 der Herr der Horror Varex Lohr Horror Horror ist Varex keine Ahnung ja alle da ist gar kein Problem wir hauen den Konten um weil wir haben Feuerball Junge ohr vor allem nicht schaden wir haben den einen den den dort und nichts anderes weil du könntest wenn du willst einen Halthang nehmen, erlaube ich dir nimm ihn ruhig, no problem ok, einfach immer drauf auf den Kollegen einfach immer drauf immer drauf, immer drauf oh, schal ist tot alle tot, das heißt ich darf nicht wiederholen, ne kreifen da hat er seine Leute getötet hm, net neu gerufen mach so narsch, vor allem die Blockdinger vielleicht einfach weiter, dann greift es gleich, haut er ja nochmal weg geht auf Erfahrung von früher, ist doch voll geil richtig hoch aufzunehmen wir können die Orbs mit einsammeln, dass man die alten Ziele liegen äh, ich hab ihn hier an na, der macht wieder ein Beyblade und wer die Beyblade so dafür ... der Vorrauf mit dem Zoll-Wolfsau mit vollen Fäden meine 5 Leute malmann richtig fett ... ... ... Prozent und halte die Wiener in die Neue da war wenn er auf dem Maulien Alize-Borst-Aulize-Borst Reckmann dem Wort treffen Wernkei von Vorfall Lernobere und Freizeit professionelle Freitag und eine Runde laufen auf dem Weg schiefen glaube kann jeder oder wir haben mich schon gar nicht mehr erinnern ich glaube als Kind bin ich an der einen Stelle wo wir im letzten Pass auch gestorben sind wahrscheinlich bin ich dabei verreckt und hat einfach kein Bock mehr auf das Spiel das kann gut sein ja weil als Kind ist man da schnell demotivierter aber wenn man älter wird dann hat man den Ansporn wollte ich mir das jetzt endlich schaffen man aber oh weh 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 wo sind wir also nicht kann auch so komisch drehen man was dann auch bei dir wir kommen immer mehr Gegner und ab wir kommen bitte noch die Dinger konzentrieren für die Einwanderung weil ich doch gerne haben wollen würde die Töne schon wieder gut ist vor der Nürnberg weil ich so wie die Warnschutz hinein sammeln wollte man wenn ich die nicht einsammeln wollen würde dann oh oh okay das glaube äh laune warum weil wir kaiten können wir sind die kaiter Kings oh ja der Bosskampf ist richtig einfach weil ich wenn die Waffe das ist einfach nicht auf die anderen Achtung aber nur Prozent auf sich selber achten den Teil des Spiels das sei doch noch alle vielmechaniker bei dem Monil und vorliegen bei bei Pro in der Lauf er gab es sehen zum hauen der hohen braun mit 2 2 2 und werden erlaubt wird und man muss durch so ruf scherkel würde sie hat erlaubt wer alle bett meist Prozent Prozent ich bin eigentlich gerne das ganze leben jetzt mal bei einem vollam leute besonnen damit das ist einfach auch schaden fertig damit ist gut desto mehr der menschen zu schnell davon die gegner desto weniger muss ich kalt ja wahrscheinlich haben wir das nicht geschafft da hätte ich nicht gleich mit ich wollte kurz kurz dort suchen leute wenn ihr mal den hier so damit ich als ich bin erreicht haben über einen minibus besiegt haben aber ganz so viel geschafft in dieser folge und alle sind fast tot außer ich und ja damit würde ich trotzdem sagen vielen dank für zuschauer ich hoffe es euch gefallen über eine kleine werte würde ich mich sehr freuen und ich würde sagen wer ist zum nächsten mal tschau und bye bye euer kleiner traum der guide meister schlechthin karte master 2000 nein karte meister 2000 chau